hallo mein freund willkommen zu einem neuen video von mir auf meinem kanal heute spielen wir wieder fortnite und wieder skin challenge ja man hat den emote den man ab heute kriegen kann der ist leider nicht mehr da also den emote kann man trotzdem noch kriegen und ich habe ihn ja auch schon dadurch wird es mir nicht mehr angezeigt dass hier dieses event ist wo man den emote kriegen kann direkt den shop diese dinge hat jetzt ohne helm das unfell der mann hat einfach immer noch mit helm so dann noch das und das beim taucher ja ich mag diesen gleiter übel zähne hat dann irgendeinen skin den ich noch nie gesehen habe er mag ich nicht so breakdance hypernova ich finde den skin jetzt nicht so geil außer die farben an der jacke und hose ist es gut wenn wir da hack weil sagt ich so oft drinne alter und dann den emote den ich und mag am geilsten finden der ist ja übrigens auch dabei träumer füße jeder die geilsten toggle ja das ist übrigens der mode den müsste jeder ein im eigentlich kennen. Wie feld bin ich denn jetzt eigentlich? 300... 13.000 EP, okay. Das heißt, bald bin ich auch mit den Sachen hier fertig, äh ja. Tja, Stufe 95 in Battle Pass und du bist 91, äh ja. Such die. Mir fehlen nur 3 Battlescheine, bin ja auch Level-Dings. Habe ich irgendwas vergessen, nur starten wir jetzt einfach. Tja, mal gucken welchen Skin wir kriegen. Wie immer eigentlich. Das Problem ist auch, wenn... Ich mach diese Videos jetzt irgendwie grad nur, weil ich nicht weiß, was ich sonst aufnehmen soll. Solos irgendwie, ja, da kann man... Also ich sterbe da recht... ...oft manchmal. Ich hab'n blauen Skin, das heißt, nur da nur blaue Waffen ist okay. Dann landen wir tilted, damit wir auf jeden Fall mehr als blaue Waffen finden. Warte, hatte ich das nicht schon letztes Video? Ich glaub' schon. Ich glaub' sogar mit dem selben Skin. Lol. Hm. Aber nicht, oder? Habe ich das genau gleiche Set bekommen? Ich glaub' sogar mit den Flügeln. Bin ich mir grad nicht sicher. Also schreibt rein, was ich auf jeden Fall noch zocken soll. Vielleicht... Ja, das ist... Gibt's einfach bei YouTube einen und sagt, ob ich das... Auch zocken soll. Und... Schreibt, ob ich irgendwas zocken soll. Ich weiß es ja... Ich weiß halt nicht, was ich zocken soll. Oder als... Video zocken soll. Alter Schwede. Das war grade richtig blöd. Digga, du sollst nicht in mein Gebäude landen, wenn ich grade hier blaue Waffen brauche. Das ist ja mein Gebäude. Doch. Ja, ich auch. Du landest nicht immer hier. Nein. Du landest hier voll selten. Ich lauf' immer noch ohne Waffen rum. Wow. Die Waffe ist eigentlich voll okay. Ach, besser. Eine grüne und scheiß Waffe. Mk. Das schlechteste. Da ist sogar eine Pistole stärker. Eine graue. Ich weiß, du willst snipen. Oder... Ich denke, du willst snipen. Deswegen hab' ich sie jetzt markiert. Okay. Okay. Ich hab' ne blaue Tactic-Kalender im Automaten gefunden. Ich hab' ne blaue Tactic-Kalender im Automaten gefunden. Das ist gut. Also ich finde eigentlich, das geht mit dieser blauen Challenge. Man findet gute blaue Sachen, man findet aber auch mal blaue Sachen. Ja. Ja, da hab' ich sie... Also... Ich hab' wirklich alles im Blau gefunden, was ich brauche. Eigentlich nur noch ein Jagdgewehr, dann hätte ich besseres Equipment. Weil die Pistole werd' ich sowieso nicht spielen. Schätze ich. Falls du das brauchst... Guck mal, was ich hier gefunden hab. Darf ich aber nicht mitnehmen. Ich will die einbauen, damit niemand die kriegt. Ich geh' auch schon gar nicht so, ne. Alter, es ist weit weg. Alter. Wir müssen in die Wüste. Teilweise. Achja, ich weiß nicht, ob das so ist. Ob ich das schon gesagt hab' in einem Video, in den letzten. Dass die Kills jetzt bei 150 sind. Ich weiß es nicht. Könnte noch mal, aber... Der Typ ist zu laut. Der Typ ist gar nicht mehr. 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 Manchmal wünschte ich, ich hätte nen goldenen Skin. Ich find' epischer Skin ist am schwersten. Aber irgendwie ist das so... Man findet mehr goldene Sachen als epischer. Oh, da liegt ne goldene P90. Ist das dein Ernst? Falls ihr die nicht gesehen habt, die lag in den roten Haus. Mhm. Das ist diese Woche doch mein zweites Video, glaub' ich, ne. Ja. Ja. Das heißt, ich hab' das vorhin schon im Video gemacht. Okay. Über die neuen Rette die Welt Sachen. Ah, ich seh' die Zone auf meiner Karte. Ich find' halt, dieser Zufallsmodus von den Skins ist das Beste, wenn man... ...keine Ahnung hat, welchen Skin man spielen will, weil irgendwie alle scheiße sind. Nee, Bischofi 90 in dieser Scheißhütte. Nee, Bischofi 90 in dieser Scheißhütte. Alter, von wo? Ach da, der Typ. Okay, ja. Das kannst du knicken, ich werd' nicht pieken. Ich werd' nicht pieken. Wer auch immer du bist, ich werd' nicht pieken. Ich werd' nicht pieken. Mhm. Was? Sorry teammate, wenn du stirbst bist du du. Er ist nicht gestorben, aber er hat den Bogen. Hab ich nicht eigentlich gesagt, ich werd die Piste nie spielen? Ich glaub ich spiel die doch. So treffen die direkt. Alter. Ja ist ein Schatz aufgemacht worden, ja leck mich doch. Lass mich. Ich hasse meine blauen Waffen. Ich brauch eine Sniper, eine vernünftige. Alter, ich hasse so ne Leute, die mit Dächt... durch Jagdgewehr. Und die halbautomatische. Die halbautomatische. Wann ist die denn weg? Das ist so witzig, könnte man das hier abbauen. Wann wär ich jetzt runtergeflogen? Wann wär ich jetzt runtergeflogen? Wann wär ich jetzt runtergeflogen? Wann ist jemand kaputt schießen würde? Wann wär ich jetzt halt auch die Dächtnisse bedingen. Ich lauf jetzt grad mit 13 HP rum. Da oben ist noch ne Kiste. Okay. Ich guck grad echt wo irgendeine... Sind das für die Pistolen? Ja. Ja. Ich hab... Ach ja, ich muss ja neun Kills schaff... Äh, zehn Kills schaffen. Äh... Äh... Ähm... Ich glaub, das schaff ich nicht. Maximal mit den Zwillingspistolen. Schieß. Nein. Ich darf das nicht sehen. Das werd ich noch eine Ausnahme machen. Nein, werd ich nicht, aber... Ich will's andauernd. Wurde ich von da eigentlich beschossen? Ja. Nur von wo? Ich seh den Typ nicht. Der hat eh keinen Aim, wenn er mich nicht trifft. Also... Schau. Mh... 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 Könnt ihr nicht mal sterben, Teammates? Mh... 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 Hier liegt noch ein Bogen, willst du mich verarschen? Mh... 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 Irgendwo kommt man hier rüber. Das weiß ich. Sag ich ja. Natürlich hat er neue Palm. Und ich hab doch geschossen, Alter. Eigentlich hätte er mich nicht treffen können. Weil guck mal, wie lange er mir angeguckt hat, ey. Da liegen noch mehr goldene Waffen. Ich glaube, langsam ist mein Leben nicht mehr super. Ja, rum. Schon wieder der Typ, ey. Mag der nicht. Mein erster Pump, diese Runde. Ja, aber du spielst ja auch mit normalen Waffen. Das heißt, eigentlich ist das logisch, dass man es gegen Kills macht. Ja, ich sehe. Ja, ich sehe. Du spielst du auf dem Waffen. Und ich sehe. Ne, ich sehe. Ich sehe. Dieader Gang. Ey, nicht mich runterschießen. Lass es doch. Ja, du schießt hier hoch. Das heißt, du schießt uns runter und nicht. Nein. Ja, weil du alles unnötig verschwendest. Und wir werden verlieren. Ich habe nur drei Kills und das schaffe ich nicht. Aber man merkt, dass hier wieder Schwitzer drin ist. Lol. Mein Laufen hat gerade so gelaggt. Und dabei... Egal. Diese blaue Challenge ist die schlimmste. Also blau ist das schlechteste, was man kriegen kann. Da wäre grün sogar besser. Tja, und dann musst du zehn Kills machen. Ne, da weiß ich gerade nicht, wo ich lang gehen soll. Ja, ja. Alles zugebaut. Ich muss echt alle abstauben, wie es nur geht, ey. Damit ich noch eine Chance habe. Betonung liegt auf. Da kommt von der Seite ein dunkler Fassbomber, alter. Ich habe fünf Kills. Das wird sehr knapp. Ultra knapp. Schieß alle runter, wie du kannst, alter. Wir bauen hier viel zu viel. Du schießt halt mit AR und so. Doch. Ich muss gucken, wo es befestigt ist. Ach nee. Aber ich will auch nicht der letzte Kill sein. Und bin ich auch nicht. 1020 EP. Mann, Mann, Mann. Tja, und das ist eins der Videos, die ich vorproduzieren werde. Dieses ist das erste davon. Das heißt, da könnt ihr noch reinschreiben, was ich machen soll bei den nächsten. Aber auch. Nur es bringt halt bei dem ersten irgendwie noch nichts. Weil ich halt vorproduziere, weil mein kleiner Neffe nächste Woche da ist. Und dann kann ich nicht aufnehmen. Weil der die ganze Zeit nerven würde. Das heißt, ich kann noch sehr wenig zocken. Das heißt, ich frage mich, ob ich überhaupt diese Woche dann noch fertig schaffe. An diesem Tag. Warte, wie viele Aufgaben brauche ich da? Noch. Sechs. Das ist fast die ganze Woche schaffe ich nicht. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auch ein Like oder ein Like. Oder auf, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ciao.